was geht ab meine zucker schniko dajus mein name laute ansel strax und herzlich willkommen zum weiteren video auf meinem kanal was machen wir heute ihr seht schon ich bin ein bisschen am scouten und zwar ist hinter mir ein interessantes gebäude so 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 oh die scheiße holy shit was hier passiert hier liegen echt viele karton neuer dx racer ach du scheiße das sieht schon echt krass hier aus damit habe ich nicht gerechnet boah amex ach du heilige hier liegt ja noch endlos viel zeug ach du scheiße kreppe nach unten ach du heilige oh ja die haben sich sehr überchillig eingerichtet die haben sich sehr dickchillig eingerichtet verschickt ja ach so ganz kurz ich mache hier nichts kaputt ich bin hier nur zum angucken aus reiner neugier ich tue hier nichts anfassen oder verschieben oder zerstören mich interessiert das einfach noch auf 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 ich zieh mal nicht an dem seil was das für schaum alter ihr wisst alles für fort nein was ist das hier kann man baden mal da bau toilet bau da bau da noch ein bart man sich heute gut aus ich kann mich mit der Geisteskrank Einfach nirgendwo Lost Place gelagert Soll ich ein bisschen putzen? Die Fenster kleben hier auch schon so auf halb neun Ach mein Mann Boah Krank, Digga Ich würde aufs Dach Wenn ich wohin bin, dann aufs Dach Oh shit Ach du Scheiße Wie viel Mann da hoch kam Ja, boah Sieht nicht so ganz koscher aus Oh man Okay, ich bin oben Aber höher geh ich jetzt nicht Weil ich Menschen Stimmen höre und keinen Bock hab Zu werden Was haben die hier gebaut? Kleine Kartonhöhlen oder was? Ach du Scheiße Ach du Scheiße Hier hatten sie glaub ne gute Nacht Ich muss schon sagen Schon ein krasser Spot hier Also Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so krass ist Das ist mir doch ein bisschen zu riskant Leicht wie mein Oha, der sieht cool aus Oha Oha Ach du heilig Digga Digga Was ist das denn hier? Oha Alter, das ist ja wie Staub Oha Digga Haben die ja gepennt oder was? Boah Alter Krass Digga Digga Es wird immer mehr Staub Alter Ach gell Überleg mal, ich werde nachts hier ok Alleine Und ihr guckt euch oben Und seht so diese Faces Hey Krass Das ist schon so ein kleiner Künstlerspielplatz Ey Die Leute haben sich hier schon gut ausgelebt Das sieht cool aus Alter, was ist das für eine Maschine Digga Ach du Scheiße Überleg mal, du bist hier nachts und läufst da runter, boah Oha Sicker Platz Also echt krass Ich würd sagen Geh mal langsam, oder? Oder Da sind wir doch wieder Also Meine Zuckerschnee wieder juss Ich würd sagen Das war's mit dem Video Und wenn's euch gefallen hat Checkt mir gerne einen Daumen und ein Abo ab Wenn ihr neu seid Ich wünsch euch allen noch einen schönen Tag Fest auf euch auf und Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal